Der Milfraud Sound ist beeindruckend. Wir stehen jetzt hier am Manao, da unten die Stadt zu sehen. Dann schwenken wir rum. Natürlich genau richtig angekommen, ich bin noch ein bisschen außer Atem, aber unglaublich. Unglaublich schön. Kein Windchen hier oben auf dem Berg, ein bisschen komisch. Und endlos lange Strände da unten. Unfassbar. Und da ist das Meer. Wie heißt der Berg, Jule? Was? Wie heißt der Berg hier? Manao oder sowas? So weit? So weit sind wir da oben. Ah, okay.